Fünf Tipps zur Sendungsverfolgung, die für alle Paketdienste gelten, egal ob DHL, Hermes, UPS und so weiter. Und noch ein Bonustipp, schaut in den ersten angepinnten Kommentar unter diesem Video, dort habe ich euch weitere Videos verlinkt mit zusätzlichen Tipps zur Sendungsverfolgung. Ja, los geht's mit dem ersten Tipp oder besser gesagt eine Faustregel. Wenn euer Paket bis ungefähr 11 Uhr oder ich sag mal spätestens 11.30 Uhr die Meldung in Zustellung bekommt oder ins Zustellfahrzeug eingeladen, dann könnt ihr an diesem Tag mit der Lieferung des Pakets rechnen. Erscheint dieser Status in Zustellung bis ungefähr 11.30 Uhr nicht, dann braucht ihr nicht zu Hause warten, dann kommt euer Paket an diesem Tag mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht. Und noch ein weiterer Anhaltspunkt, euer Paket muss bis ungefähr 6 Uhr oder 7 Uhr morgens im Paketzentrum der C-Region bearbeitet worden sein. Ist das nicht passiert, dann ist die Wahrscheinlichkeit ebenfalls sehr gering, dass euer Paket an diesem Tag in Zustellung geht. Tipp Nummer 2, manchmal erscheint im Tracking die Meldung, Kunde nicht angetroffen oder Zustellung nicht möglich, obwohl bei euch gar kein Zusteller geklingelt hat. Ihr ärgert euch darüber nicht, es ist zwar ärgerlich, aber als Kunde kann man an der Situation sowieso nichts ändern. Und häufig steckt hinter solchen vorgetäuschten Zustellversuchen ein Tourabbruch, nämlich insbesondere dann, wenn die Meldung, Kunde nicht angetroffen, zwischen 16 bis 18 Uhr erscheint, also ungefähr gegen Feierabend hin. Das ist nämlich ein Indiz, dass der Zusteller so viele Pakete auf seiner Tour hatte, dass er sie gar nicht innerhalb seiner Arbeitszeit ausliefern konnte. Und abends gegen Feierabend dann wird quasi eine Ausrede ins Tracking eingebucht, warum das Paket nicht zugestellt werden konnte. Und deshalb erscheint dort manchmal ja Kunde nicht angetroffen, obwohl das gar nicht zutrifft. Solche Tourabbrüche sind vor allem in der Hochphase jetzt vor Weihnachten möglich. Zu anderen Jahreszeiten sind Tourabbrüche eher selten, können aber auch vorkommen. Wie gesagt, nicht drüber ärgern. Meistens wird das Paket dann einen Tag später oder zwei Tage später zugestellt. Tipp Nummer drei betrifft Auslandspakete, denn die können längere Zeit ohne Statusupdate bleiben. Zuerst der Fall, dass ihr ein Paket ins Ausland geschickt habt. Später dann der Fall, dass ihr ein Paket aus dem Ausland erwartet. Also wenn ihr ein Paket mit DHL von Deutschland ins Ausland schickt, dann kommt die letzte Statusmeldung in der Regel aus dem Paketzentrum Frankfurt. IPZ Frankfurt erscheint dann im Tracking. Und anschließend kann zwei, drei, manchmal auch vier Wochen lang nichts passieren. Das ist aber in der Regel kein Grund zur Sorge, denn während ein Paket zwischen zwei Ländern unterwegs ist, gibt es im Tracking kein Statusupdate. Und auch wenn jetzt im Tracking erscheint, Paket wurde für den Export abgefertigt, bedeutet das nicht, dass das Paket genau an diesem Tag Deutschland verlassen hat, sondern der tatsächliche Export kann Tage oder auch vielleicht Wochen später stattfinden. Wie gesagt, kein Grund zur Sorge, das ist normal. Der nächste Status erscheint dann erst bei Ankunft im Zierland. Und wie lange das dauert, hängt von der Entfernung zwischen Deutschland und dem Zierland ab. Pakete innerhalb der EU sind meistens zwei bis vier Tage unterwegs. Verschickt ihr irgendwas nach Übersee, Australien oder Japan, die haben sehr lange Lieferzeiten. Da kann ein Paket auch mal zwei bis vier Wochen lang kein Statusupdate bekommen. Wie gesagt, das ist normal. Ihr könnt auch googeln nach den Regellaufzeiten bei DHL, also einfach bei Google eingeben, DHL, Regellaufzeiten und dahinter den Ländernamen. Dann bekommt man einen Anhaltspunkt, wie lange ein Paket normalerweise unterwegs ist. Diese Zeiten können sich vor Weihnachten aber auch erheblich verlängern. Ihr erwartet ein Paket von außerhalb der EU. Da muss es in Deutschland normalerweise vom Zoll abgefertigt werden und auch dabei entstehen Wartezeiten, die dazu führen können, dass im Tracking nichts passiert. Die meisten Pakete passieren die Zollerfertigung innerhalb weniger Tage, zwei bis vier Tage würde ich mal sagen. Es kann aber auch sein, dass ihr Pech habt und euer Paket wird für eine genauere Stichprobenkontrolle herausgefischt. Dann kann die Wartezeit zwei bis vier Wochen betragen und auch während dieser Wartezeit passiert dann nichts im Tracking. Müsst ihr einfach so hinnehmen, man kann die Zollerfertigung leider nicht beeinflussen und nicht beschleunigen. Dieser Hinweis galt jetzt für Deutsche Post DHL-Standardpakete oder Warensendungen, kleine Päckchen. Wenn ihr ein Paket mit DHL-Express erwartet oder UPS oder FedEx, dann solltet ihr nicht zwei bis vier Wochen warten, wenn da irgendwas in der Zollerfertigung hakt, sondern euch mit dem Kundenservice in Verbindung setzen. Denn bei UPS, FedEx, DHL-Express dauert die Zollerfertigung in der Regel nur wenige Tage und da besteht Grund zur Sorge, wenn es mal länger dauert. Vierter Tipp, manchmal wundert man sich, der Verkäufer hat ein Paket verschickt, aber im Tracking tut sich gar nichts. Da gibt es verschiedene Situationen, woran das liegen kann. Die erste Situation, der Verkäufer hat zum Beispiel vormittags um 11 Uhr euer Paket verpackt, schickt euch schon eine Versandbestätigung mit der Sendungsnummer, aber die Sendungsnummer ist zum Beispiel bei DHL, Hermes, DPD noch gar nicht verfolgbar. Das ist normal, viele Händler übertragen die elektronischen Sendungsdaten erst abends 16, 17, 18 Uhr an den Paketdienst. So lange funktioniert die Sendungsnummer in Tracking nicht. Und auch wenn elektronische Sendungsdaten schon übertragen wurden, hat das nichts damit zu tun, wann das Paket tatsächlich im Paketzentrum bearbeitet wird. Auch dazu ein anschauliches Beispiel, das betrifft viele Amazon- oder Ebay-Verkäufer oder einige, einige unseriöse Verkäufer machen das so. Und zwar, ihr bestellt zum Beispiel am Montag irgendeine Ware bei Amazon oder Ebay mit Versand durch den Händler selber und der Händler trägt dann auch am gleichen Tag eine Sendungssummer bei Amazon oder Ebay ein, sodass er eine Versandbestätigung erhaltet und denkt, die Ware ist jetzt unterwegs. Aber Pustekuchen, der Händler übergibt das Paket vielleicht erst am nächsten Tag oder sogar zwei Tage später, also am Mittwoch, erst den Paketdienst. Obwohl er euch schon zwei Tage vorher die Sendungssummer mitgeteilt hat. Ja, in Ordnung ist das nicht, aber als Kunde kann man sich dagegen schlecht wehren. Ja, da kann man eigentlich nur dem Händler eine schlechte Bewertung geben, um ihm auf dieses Ärgernis hinzuweisen. Und noch ein Hinweis zur Bestellung in Asien oder USA. Einige Verkäufer machen das so. Die kleben zum Beispiel schon in China ein Paketlevel von DL oder Hermes auf euer Paket. Aber der Transport von China nach Deutschland ist im Hermes- oder DL-Tracking nicht erkennbar, weil diese Transportstrecke von einem fremden Drittspediteur übernommen wird. Das Tracking bei DL oder Hermes beginnt erst, wenn die Sendung wirklich in Deutschland eingetroffen ist und dort an Hermes oder DL übergeben wird. Das heißt, das Tracking bei DL oder Hermes kann tatsächlich ein bis zwei Wochen lang ohne Update bleiben und beginnt erst, wenn euer Paket in Deutschland ist und dann innerhalb von ein bis zwei Tagen zugestellt wird. Auch das ist normal und kein Grund zur Sorge. Der fünfte Tipp betrifft Rücksendungen. Verlasst euch nicht auf die Meldung zugestellt im Tracking, sondern bewahrt den Einlieferungsbeleg für eure Retoure so lange auf, bis ihr vom Händler den Kaufpreis erstattet bekommen habt. Denn ich habe es manchmal schon erlebt oder aus euren Erfahrungsberichten geschildert bekommen, dass Pakete zwischen Status zugestellt und dem tatsächlichen Eingang im Retourenlager des Händlers noch verloren gehen oder der Händler bemerkt dann, da fehlen Produkte im Artikel und dann braucht ihr den Einlieferungsbeleg, den ihr beim Abschicken des Pakets bekommen habt, um die Rücksendung zu beweisen. Deshalb den Beleg nicht zu früh wegwerfen, sondern so lange aufbewahren, bis ihr das Geld erstattet bekommen habt. Ja, das waren meine fünf Tipps zur Sendungsverfolgung. Wie gesagt, schaut doch in den ersten angepinnten Kommentar unter diesem Video, da gibt es noch weitere Tipps oder zum Nachlesen gibt es auch viele Ratgeber auf paketda.de.